Musik Hallo liebe Kinder, die ersten drei Mini-Bücher habt ihr prima geschafft. Ich durfte gestern so viele schön ausgemalte Vogelbilder sehen, es hat mich sehr gefreut. Heute und morgen üben wir noch einige Wörter, mit denen ihr für eure Familien bald mal den Einkaufszettel schreiben könnt. Es geht um Obst und Gemüse. Zuerst ist das Obst an der Reihe. Wieder gilt, von den 14 Wörtern müssen mindestens 8 geschrieben werden, je nachdem, wie viel Zeit ihr braucht. Glücklicherweise gibt es viele Hörwörter. Abgesehen vom Obst selber. Man hört ein P, Obst. Es wird aber mit B geschrieben. Und das kann man diesmal nicht bei einem verwandten Wort heraushören, daher ist Obst ein Merkwort. Bei den Tierbüchern haben wir gelernt, dass die Bären alle mit Ä geschrieben werden. Alle Bären. Braunbär, Eisbär, Teddybär, einfach alle. Beim Obst gibt es ja auch Bären. Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Blaubeeren und viele mehr. Und diese Bären schreibt man mit zwei E. Also, die Bären aus dem Tierreich sind das Merkwort mit Ä. Die Bären, die zum Obst gehören, sind das Merkwort mit zwei E. Und schon geht es los mit der Himbeere. Das sind drei Silben mit den Königen I, zweimal E und einmal E. Obwohl das I von Him kurz gesprochen wird, schreibt man es mit einem Him. Somit ist die ganze Himbeere ein Merkwort. Den Apfel schreibt man hingegen, wie man ihn hört. Es sind zwei Silben, die Könige A und E. Auch die Ananas ist ein Hörwort. Drei Silben, dreimal König A. Kiwi, noch ein Hörwort. Zwei Silben, zweimal König I. Kirsché, wieder ein Hörwort. Zwei Silben, Kirsché. Könige I und E. Die macht beim Schreiben gar nicht sauer, denn sie ist auch ein Hörwort. Höre genau. Z-I-T-R-O-N-E. Drei Silben, Könige I, O, E. Erdbeere. Jetzt kannst du zeigen, dass du dir die Bärenmerkwortregel gut gemerkt hast. Richtig, man schreibt die Bäre mit zwei E. Die Silbe Erd ist ein Nachdenkwort. Womit ist sie wohl verwandt? Genau, mit der Erde. Deswegen schreibt man Erd nicht mit T, sondern mit D. Von Erde. Birne. Leckere Frucht, leckere Schreibweise, wie man es hört. Birne. Zwei Silben, Könige I und E. Trauben. Auch die schreiben wir, wie wir sie hören. Trauben. Zwei Silben, das Königspaar Au und der einzelne König E. Apfelsine. Da steckt vom Schreiben her der Apfel drin, den wir ja schon hatten. Und auch Sine schreibt man, wie man es hört, Sine. Apfelsine. Apfelsine. Das sind vier Silben mit den vier Königen A, E, I, E. Pflaume. Da ist ein Pf, wie man es vom Pferd her kennt. Nur beim genauen Hinhören klingt das Pf mit. Pflaume. Wenn wir im Alltag, beim schnellen Sprechen, meistens nur das Pf hören, ist das nicht ganz richtig, also müssen wir gut hinhören, dann können wir Pflaume schreiben, wie man es hört. Pflau, me. Pflaume. Zwei Silben, Königspaar Au und der einzelne König E. Nektarine. Das ist ein Merkwort, denn das E wird kurz gesprochen, Nek, ohne dass ein CK folgt. Das I wird recht lang gesprochen, aber es folgt kein E. Nektarine. Da haben wir wieder vier Silben. Die Könige heißen E, A, I und E. Das ist Idefix. So, Idefix, jetzt musst du leise sein. Johannisbeere. Wisst ihr, woher diese Beere ihren Namen hat? Es steckt ein Fest da drin, das wir eigentlich in diesem Jahr zusammen feiern wollten. Nämlich das Johannifest. Der längste Tag des Jahres, ihr erinnert euch, der Beginn des Sommers. Und diese Beere heißt eben Johannisbeere, weil sie immer um Johanni herum reif wird. Wenn wir die Silben langsam sprechen und an das Merkwort Beere denken, können wir dieses lange Wort gut schreiben. Jo, Han, Nies, Be, Re. Fünf Silben, unser längstes Wort für heute. Die Könige heißen O, A, I, Zwei E und E. Zum Abschluss noch ein schönes, einfaches Hörwort und ein leckeres Stück Obst. Wir schreiben Banane. Drei Silben, die Könige heißen A, A und E. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr mir bald davon berichtet, wie ihr für eure Familie schon den Einkaufszettel geschrieben habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich auch beim Basteln des Mini-Wörterbuchs. Bis morgen!